Unfähige Regierung und Regierung. Man ist knapp 20 Jahre in Afghanistan aktiv. Ob dies sinnvoll war oder nicht, ist derzeit nicht zu bewerten. Man versucht den Menschen dort zu helfen. Man versenkt Milliarden von Steuergeldern in ein schreckliches Land. Man verliert in Afghanistan 113 Menschen aus Deutschland. Dann zieht die NATO ab. Auch Deutschland holt seine Truppen zurück. Die Taliban, eine Mordende und islamische Horde übernimmt das Land. Die Regierungen können nur erklären, man hat die Situation unterschätzt. Wenn man so lange an einem Land war, wenn man so lange die Geschehnisse vor Ort erlebt. Dann ist ein Unterschätzen nicht akzeptabel. Nein, ist es nicht.